Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. 1990 ist für GOP und ihre Kunden ein ganz besonderes Jahr. GOP Schweiz feiert nämlich ihren 100. Geburtstag. Darum haben wir heute Herrn Rolf Leuenberger, Direktionspräsident der GOP Schweiz, zu uns in Studio gebeten. Herr Leuenberger, wann und wo ist der erste GOP Laden aufgegangen? Das war bereits im Jahr 1864, und zwar in Schwanden im Kanton Glarus. Heute sind es mehr als 1300 Verkaufsstellen. GOP betreibt damit das dichteste Verkaufsstellennetz von allen schweizerischen Grossverteilern. Was ist genau vor 100 Jahren passiert? Im Jahr 1890 haben ein paar zukunftsorientierte regionale GOP-Genossenschaften beschlossen, den Verband der Schweizerischen Konsumvereine VSK zu gründen, mit dem Auftrag, Großhandelsfunktionen wahrzunehmen und Dienstleistungen zu bringen. Im Jahr 1969 ist daraus GOP Schweiz entstanden. Was macht GOP Schweiz genau? GOP Schweiz ist unter anderem für die Warenbeschaffung im In- und im Ausland sowie für die Produktion zuständig. Wir sind auch für den Vertrieb der Waren, das hauptsächlich per Bahn an die regionalen Verteilzentralen, verantwortlich und von dort aus an die Verkaufsstellen. GOP Schweiz erfüllt ja noch andere wichtige Aufgaben. Was gehört da dazu? Das gehört unter anderem dazu, dass wir zur Sicherung der Qualität moderne, leistungsfähige Labors unterhalten. Wir haben eigene Schulungszentren in Mutenz und in Jonny, wo wir unser Personal weiterbilden. Wir erreichen mit unserer Zeitung in der Woche rund 1,6 Millionen Leser. Und wir sind vor allem auch für die Entwicklung von neuartigen Produkten und Dienstleistungen zuständig. In den GOP-Läden findet man sowohl hochwertige GOP-Produkte als auch Markenartikel. Warum? Das ist gerade unsere Stärke, dass der Kunde bei uns zwischen der GOP Eigenmarken und den Markenartikeln wählen kann. Welche besonderen Leistungen dürfen die Kunden im Jubiläumsjahr erwarten? Auf was dürfen sie sich besonders freuen? Unsere Kunden dürfen sich auf eine Reihe von tollen Jubiläumsangeboten freuen. Die ersten können wir Ihnen bereits im Laufe dieser Sendung zeigen. Es lohnt sich, im Mittwochstudio, in der Coop-Press und in den Tageszeitungen auf unsere Jubiläumsangebote zu achten. Wagen wir zum Schluss noch einen Blick in die Zukunft. Wo setzen Sie die Schwerpunkte, Herr Leuenberger? Auf eine Formel gebracht, gilt es sowohl den Bedürfnissen der Kunden, wie aber auch den Bedürfnissen der Umwelt, gleichermassen gerecht zu werden. Für das doppelte Jahr werden wir uns in der Zukunft einsetzen. Ich danke Ihnen, Herr Leuenberger. Und Ihnen, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, danke ich für Ihres Vertrauen und wünsche Ihnen einen schönen Abend. Die schöne Bettwästgarnitur kostet nur 29 Franken. 5 kg Radion, nur 15,50. Dazu ein halbes Kilo gratis. Eine Dose geschälte San Marzano-Tomate, nur 60 Krippen. Und 2 kg Navelina-Orangen, nur 22. Und das ist das Coop-Jubiläumsangebot. Das Kilo Schweizer Rackwekäse am Stück für nur 13,90. Und ausserdem schlönt die Coop von morgen an verschiedene Kaffeesorten ab. Auf Wiedersehen!